Mr. Tom Holland, Sie sehen das? Das ist ein Massage-Tool. Eine wie bitte was? Das ist ein Massage-Tool. Genau, eine Massage-Pistole, die zum Beispiel bei Rückenverspannungen helfen soll, wieder alles zu lockern. Solch eine Massage-Pistole hat Schauspieler Mark Wahlberg seinem Kollegen Spider-Man-Darsteller Tom Holland geschenkt, bei ihrer ersten Begegnung im Haus von Wahlberg. Hey Kleiner, ein bisschen Jungfilm-Barkeeper, oder? Ein bisschen alt für einen Abschlussball, oder? Die beiden sind gerade auf Promotour für ihren neuen Actionfilm Uncharted. Im Rahmen eines Interviews bei einer amerikanischen TV-Sendung gesteht Holland, wie verdutzt er über dieses Geschenk gewesen sei. Ich war verwirrt, was für eine Art von Massage-Pistole das war, da ich noch nie eine gesehen hatte. Und ich dachte, es wäre die Art von Selbstvergnügen. This is a Massage-Tool. Anders gesagt, Holland hielt die Massage-Pistole für ein Sex-Spielzeug. Ich dachte, Mark Wahlberg würde mich aus anderen Gründen zu meinem Haus zurückfallen, als nur, ein Gentleman zu sein. Ich wusste es nicht. Das ist Hollywood, Baby. Wer weiß, was passieren wird. This is a Massage-Tool. Doch nun folgt endlich die Aufklärung durch Mark Wahlberg höchstpersönlich. Nein, kein Sex-Toy, sondern einfach ein Massage-Gerät. Schließlich ist der 50-Jährige an der Herstellerfirma beteiligt. Und nach dem anstrengenden Dreh des Actionfilms kommt die Massage-Pistole sicherlich nicht nur bei Wahlberg zum Einsatz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier ist ein特別-Jährigen, der Schäuze, wo es ausgemistisch ist. Ich habe jetzt nicht nur mit einer anderen Kploab-Koal-Koal-Koal-Kal-Koal-Koal-Kaal-Koal-Koal-Koal-Hang-Koal-Koal. Vielen Dank.